Hi, Patrick Krabowski hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut. Vielleicht kennst du schon einige von unseren Videos. In den Videos verweisen wir ab und zu mal auf so ein Beratungsgespräch. Und da ich jetzt öfters gefragt worden bin, was ist denn eigentlich so ein Beratungsgespräch, was passiert denn da, habe ich mir ein paar Mal gedacht, drehe ich mal ein kleines Video, einfach um dir so einen Einblick zu ermöglichen, wie du denn deine Weiterbildung starten kannst. Uns ist es ganz wichtig, dass wir unsere Teilnehmer erfolgreich weiterbilden und auch persönlich betreuen. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir uns kennenlernen, vor allem auch, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest, dass wir natürlich auch persönlich miteinander harmonieren. Das ist ganz besonders wichtig, wenn du halt mal Fragen hast, dass man dann auch offen und ehrlich miteinander kommunizieren kann. Und aus dem Grund machen wir dann auch ein Beratungsgespräch, dass wir uns wirklich kennenlernen und dich halt auch wirklich dahingehend beraten können, wie du deine Ziele wirklich erreichen kannst. Weil solche Weiterbildungen, das ist immer eine wichtige Entscheidung, das ist eine langfristige Entscheidung. Wenn man da eine falsche Entscheidung trifft, dann kann das halt ein oder eineinhalb Jahre von deinem Leben negativ beeinflussen. Dementsprechend ist es halt auch wichtig, hier gute Teilnehmer zu finden, die wirklich ernsthaftes Interesse haben. Das geht natürlich von uns aus und natürlich auch von dir aus. Und aus dem Grund kann man bei uns nur Teilnehmer und Kunde werden, wenn man in so ein Beratungsgespräch kommt, weil wir uns dann auch wirklich persönlich kennenlernen. Und bei so einem Beratungsgespräch läuft es dann folgendermaßen ab. Wenn du dich auf der Homepage bei uns einträgst, www.patrickkrabowski.de, kannst du dich hier für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Was dann konkret passieren wird, ist, dass ich dich persönlich anrufe und mit dir darüber spreche, was du in diesem Formular von der Webseite ausgefüllt hast. Wir fragen da schon mal ein paar Sachen ab, was einfach deine Ziele sind, was deine Situation ist. Einfach, dass wir uns auf dieses Erstgespräch mit dir ein bisschen vorbereiten können. Und in dem Erstgespräch gehen wir dann einfach nochmal genauer auf deine Ziele und deine persönliche Situation ein, damit wir einfach eine Grundlage haben und unser Beratungsgespräch mit dir planen können. Weil was dann passiert, wenn wir herausgefunden haben, ob du wirklich ein geeigneterer Kandidat bist und ob wir dir auch helfen können, dann machen wir nämlich mit dir gerne ein Beratungsgespräch aus. Das ist dann das zweite Gespräch, der zweite Termin. Und in diesem zweiten Termin schildern wir dann unser Konzept, wie du dich mit unserem System, mit unserem Lernsystem einfach und vor allem auch erfolgreich weiterbilden kannst. Und da ist auch das Gute, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Ablauf, vielleicht hast du irgendwelche Bedenken, ob du das überhaupt schaffen kannst, dann nehmen wir uns da die Zeit und sprechen mit dir gemeinsam darüber, dass du dir selber ein Bild machen kannst, wie einfach eine Weiterbildung eigentlich sein kann. Wenn man sich mal informiert im Internet, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Gruppen, wo einfach schlechte Erfahrungen geteilt werden. Und wir, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist es wirklich einfach und das ist halt der Grund, weil wir grundlegende Sachen anders machen und die erklären wir in einem Beratungsgespräch. Und da kannst du einfach selber eine Meinung davon bilden und dann halt auch wirklich sehen und herausfinden, ob du dich weiterbilden möchtest oder nicht. Das heißt, wenn das Ganze jetzt wirklich interessant klingt und du schon mal darüber nachgedacht hast, eine Weiterbildung zu machen, dann geh doch jetzt einfach am besten auf www.patrickkrabowski.de und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Ich meine, du hast gar nichts zu verlieren, aber ganz viel zu gewinnen. Ich meine, wir haben jetzt schon über 150 erfolgreiche Teilnehmer weitergebildet und bei denen hat das geklappt und bei dir wird das sicherlich auch klappen. Wir haben Teilnehmer aus den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, teilweise viel Berufserfahrung, teilweise wenig Berufserfahrung. Wir haben selbst Kaufleute, Damen, erfolgreich zum technischen Fachwirt weitergebildet. Also wir haben jetzt mittlerweile sehr viel Erfahrung über mehrere Jahre, über 150 erfolgreiche Teilnehmer, glückliche Kunden und du wirst der Nächste sein. Also geh einfach jetzt auf www.patrickkrabowski.de und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und ich freue mich, wenn wir dann bald persönlich miteinander sprechen können. Bis dahin, dein Patrick. Ciao!